So, als nächstes haben wir den guten Miroslav, auch bekannt als Bastianio. Von ihm haben wir schon mal ein Level gespielt. Ich merke gerade, dass ich hier immer noch eins drüber habe, was ich beim letzten Mal falsch eingegeben habe wahrscheinlich. Naja, egal. Das machen wir dann bei Zeiten nochmal. Tower der Rätsel. Äh, es kann sogar sein, dass ich dieses Level schon mal bei Hering gesehen habe, wenn ich mich nicht täusche. Das kann wirklich sein. Das würde mir ein wenig leid tun, weil ich ganz gerne die Level schon dann noch blind spielen würde, weil man sie mir blind angibt. Wobei es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass ich das schon mal gesehen habe. Also das eben war Zufall, dass ich das so schnell hinbekommen habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich es doch noch nicht gesehen habe. Also, die vielen Münzen schließen zwar auf nichts Gutes hier, aber sehr schwer, aber cool. Ja gut, hier war ja angezeigt, was man machen muss. Äh, die vielen Münzen lassen ich unbedingt auf was Gutes schließen, aber... What? Habe ich gerade das Spiel gebackt? Da war doch eben so ein komisches Rauch... Ja, keine Ahnung. Ein komischer Soundeffekt auf jeden Fall. Vielleicht war da auch Absicht. Weiß ich nicht. Aber es sieht mir schwer nach einem krassen Endurance Run aus, den man hier abverlangt bekommt. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow, 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 wow. Das liebe ich ja sowieso. Ähm, ja. Ich bin jetzt auch das erste Mal jetzt, glaube ich, bei Leveln angelangt, wo man diese... Ja. Diese Stachel... Äh, wie soll man sie nennen? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denn das hier machen? Ach ja, so langsam, aber sicher macht der das kaputt, oder wie? Ähm... Ja. Nee. Ja, das wird eine Endurance Run. Das sehe ich schon. Aber gut, muss ja nicht unbedingt verkehrt sein, ne? Wie gesagt, das hier war eben Zufall, dass ich das so schnell gecheckt habe. Nein, 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 nein. Wow. Man kann es recht schnell machen. Das ist auch ganz cool. Ja. Äh, wo war ich jetzt noch stehen geblieben? Genau. Also, was zeichnet einen guten Lehrer aus? Äh, Erfahrung ist ein Teilaspekt, aber nicht so der wichtigste. Ähm, Begeisterung ist wahnsinnig wichtig. Also, wie gesagt, selbst bei Leuten, die fachlich nicht so das Interesse haben, kann man immer Begeisterung wecken mit den richtigen Aussagen. Ähm, ja. Und das ist ganz cool, dass das funktioniert. Äh, da, 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 da. Ich bin so ein bisschen schnell unterwegs, glaube ich gerade. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber eigentlich sollte mir hier nichts passieren. Ich sollte nur nicht vielleicht immer alle abräumen davon. Genau, weil, ja, ist gar nicht mal so einfach dann, wenn da alle da sind. So, hier unten könnte jetzt eigentlich auch noch einer kommen. Okay, diese Soundeffekte finde ich sehr gruselig. Aber es gibt Checkpoints, denn doch kein krasser Endurance Run. Sehr gut. Aber auch cool, dass du den hier wirklich nur als Kleinen durchgehen lässt. Das wiederum... ...mutet jetzt ein bisschen komisch an, dass man hier so... Ah, da braucht man einen Pilz offensichtlich. Kann man hier in alle Röhren rein? Also ganz cool, dass man hier das grafisch so ein bisschen mit den Ranken versehen hat. Das ist auf jeden Fall was Neues. Hier braucht man einen Pau-Block. Ach ja, das kriegt man ja sogar angezeigt. Ja, das ist cool. So einen kleinen Rätselabschnitt hier in einem Schloss. Mit einem Checkpoint versehen kann man sowas durchaus mal machen. Dass man einen Rätselabschnitt in den Level einbaut. Hier brauche ich eine Feuerblume. Auch das wird mir angezeigt. Das ist wirklich sehr nett. Also, dass man hier nicht rumrätseln muss. Naja gut, man hätte es wahrscheinlich auch ohne gekonnt. Also es ist... Bei vielen Sachen ist es schon recht eindeutig. Was man wo braucht. Ich nehme auch mal an, dass wir den Pilz als erstes kriegen werden. Weil alles andere... ...wird nicht so viel Sinn machen. Äh, die Frage ist nur, wo kriegen wir den Pilz? Da auf jeden Fall nicht. Ja, ähm, also Erfahrung als Lehrer und vor allen Dingen Begeisterung, mit dem man ziemlich viele Leute wecken kann. Aber auch die Möglichkeit, sich auf aktuelle Themen... Das hatten wir ja auch, dass aktuelle Themen immer was ganz cooles sind im Unterricht. Dass man sich darauf vorbereiten kann. Und dass man auch seinen Unterricht immer wieder neu gestaltet. Nicht unbedingt seine Unterrichtsart und Weise. Wie ich schon gesagt habe, das gezwungen immer wieder umzustellen, finde ich schwachsinnig. Aber zumindest seinen Unterrichtsstoff immer wieder aktuell zu halten. Und egal in welchem Fach. Auch in Mathe kann man aktuelle Sachen mal reinbringen. Oder, ja, vielleicht auch dafür, dass man selber die Begeisterung behält. Eben als Wahlthemen in der 13.2 oder so mit Schülern einfach verschiedene Sachen machen. Und nicht immer jedes Jahr dasselbe. Weil ich glaube, das trägt dann auch nicht so zum eigenen Ehrgeiz gut bei. Äh. Ja, mehr oder weniger. Den Abschnitt hier finde ich jetzt nicht ganz so einfach. Es sollte wahrscheinlich irgendwo mit einem Pilz rausgehen. Oder mit einer Bombe. Was? Okay. Hä? Hä? Was soll ich denn hier mit einer Bombe? Also das auf jeden Fall nicht. Das ist mir gerade ein Rätsel. Ich gucke nochmal die anderen Röhren durch. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Yoshi. Und... Stachipanzer. Hm. Ja. In welcher Reihenfolge man die bekommt, wird interessant sein zu erfahren. In jedem Falle müssen wir wahrscheinlich alles mitnehmen. So, und jetzt... Was? Kann ich da überhaupt so schnell hoch? Habe ich das eben echt mal geschafft? Sollte ich mich davon jetzt zerquetschen lassen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Also aktuellen Unterrichtsstoff ist schon immer wichtig, denke ich. Wo, 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 wo. Das war knapp. Aha. Ah, hier für links. Ich bin ja auch doof. Dass ich das nicht gesehen habe. Hätte man drauf kommen können? Äh, wo, 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 wo. Ah, das ist perfekt gelandet, glaube ich. So, erste Münze und ein Pilz. Gnabber. Und jetzt können wir mit dem Pilz. Wo war das nochmal? Ich glaube, die zweite Röhre. Ne, die dritte. Ja, vielleicht hätte man sich schon merken können. Aber ich bin gespannt, wie das hier tatsächlich ausgeht. Also die Idee finde ich schon mal sehr, sehr cool. Okay, ich hatte ein bisschen Angst, dass man nicht ganz durch... ...stampfen darf. Äh, warum auch immer der Sound-Effekt jetzt wieder. Okay, hier oben braucht man auf jeden Fall einen Koopa-Panzer. Deshalb wahrscheinlich auch die Reset-Doors, würde ich mal tippen. Einfach, damit man nicht gleich aufgeschmissen ist. Oh, hier sollte ich vielleicht schnell mitgehen. Obwohl, es geht auch so. Perfekt. Ja, ist auch ziemlich cool gemacht, dass man jetzt hier den Pilz nutzt, um die Feuerblume zu... ...kriegen. Mann. Habe ich jetzt verloren, oder ist das noch nicht ganz verloren? Könnte ich hier mir noch eine neue Feuerblume holen? Wow. Das war ein bisschen mies. Also wenn man den Reset-Door setzt, sollte man vielleicht darauf achten, dass man nicht direkt stirbt, wenn man aus der Reset-Door rauskommt. Aber ich glaube, es gibt hier keine Feuerblume mehr für mich. Ja, ne? Dann bin ich hier verdammt zu sterben. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man das nicht mehr resetten kann. Aber ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen doof. Also... Das hätte man besser lösen können, von meiner Seite aus. Ist okay. Ja, ähm... Auf der anderen Seite, das sind jetzt so stoffliche Sachen, die ich erzählt hab. Ähm, menschlich find ich's auch ganz wichtig, dass ein Lehrer in der Lage ist... Wie soll ich denn da jetzt durch? Das ist ein wenig komisch. Äh, find ich's wichtig, dass ein Lehrer in der Lage ist, auf jeden Schüler einzugehen, wenn's notwendig ist. Und auch ein gewisses Gespür für die Klasse hat. Einfach. Ohne ist es ganz schwierig als Lehrer. Sag mal, kann ich jetzt hier überhaupt hoch? Nee, es geht auch gar nicht. Hä? Gibt's da tatsächlich... Wow. Gibt's da tatsächlich Stellen, wo ich nicht hoch kann? Also, wenn die falsch getaktet sind... Kann das sein? Das wäre höchst traurig. Wenn es sowas geben würde. Das sieht jetzt eigentlich recht vielversprechend aus. Wenn der jetzt wieder weg geht. Genau. Also jetzt ging's. Aber manchmal hab ich das Gefühl, es geht nicht so einfach. So, das funktioniert auch. Hier weiß ich auch nicht, warum ich beim letzten Mal einfach schnell durch konnte und diesmal nicht. Also ein bisschen zufällig scheint mir der Abschnitt hier zu sein, aber vielleicht urteile ich da auch falsch. Ah, hier kann ich sogar direkt durch. Perfekt. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wenn man die Power-Ups verliert, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann alles noch von vorne machen muss. Aber das hätte man, glaube ich, mit der Taktik hier nicht wirklich besser lösen können. Und ja, im Endeffekt ist es sowieso, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann gehen die Abschnitte wahrscheinlich auch verhältnismäßig schnell. Von daher will ich das jetzt nicht allzu sehr verteufeln. Okay, es ist mir eigentlich egal, was hier mit meinem Pilz passiert. Ich krieg ja theoretisch ne Feuerblume. Theoretisch. Ach ja, hier, das sollte ich natürlich noch. Nein. Ey, wieso krieg ich das nicht hin? So, dankeschön. Und jetzt muss ich hier wieder zurück, ne? Ja, bin ich nämlich nie gegangen. Frage ist, ob da die Feuerblume jetzt nochmal wäre. Aber ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal ausprobieren. So, hier müssen wir mit der Feuerblume, glaube ich, rein, wenn ich es mal richtig gemerkt habe. Und den Bob-Omp töten. Der uns trifft. Ne, sehr gut. Ähm, P-Switch. P-Switch, P-Switch. Ich guck mir erstmal an, was der P-Switch will. Da hinten soll ich lang. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, okay. Wenn ich jetzt natürlich meine Feuerblume nochmal brauchen sollte, haben wir ein Problem. Aber ich hoffe mal, dass es so gescriptet ist, dass es nicht notwendig ist. Ansonsten habe ich am Ende halt ne Feuerblume mit Yoshi und, äh, Stachelhelm und was auch immer noch alles. Also, das wäre ein bisschen overpowered, glaube ich. Wenn man wirklich alles da mitnehmen könnte. So, hier braucht man Yoshi. Oh. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Ja, genau deswegen. Ah, Igitt. Der Abschnitt will mir nicht gefallen. Der ist nämlich ziemlich eklig, glaube ich. Aber mir fehlen da auch die Mechanics so ein bisschen für. Von daher kann man das vielleicht schon so noch stehen lassen. Ähm, so. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Gute Lehrer macht aus, dass sie sich auf jeden Schüler einlassen können. Pädagogik ist ein unglaublich wichtiges Ding. Ähm, vor allen Dingen für jüngere Schüler. Ähm, dass jeder auch das Gefühl hat, einen Anschluss zu haben beim Lehrer. Und niemand sich benachteiligt vorkommt. Und, ja, du es auch schaffst, dass alle irgendwie gleichmäßig beim Lehren mitkommen. Wo kamen die denn jetzt her? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Die ist einfach durch den schwarzen, ja, durch diese schwarze Dornenstange durchgegangen. Ich habe keine Ahnung, wie man die nennen soll. Haben die einen offiziellen Namen? Sind die für mich am unbenennbarsten Gegner in ganz Mario. Weil ich einfach, ja, nicht so wahnsinnig die Daseinsberechtigung sehe von den Dingern. Aber gut, ja. Man hat sich versucht, was möglichst pompöses und gefährlich Aussehendes zu nehmen. Was man hat einbauen können. Was auch eine große Fläche abdeckt. Und sowieso irgendwie mächtig wirkt, damit man eingeschüchtert ist. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ist ganz nett, dass man das hier immer überspringen kann. Oder oft überspringen kann. Immer wäre es jetzt nicht so nett. Äh. Wow, das war wieder knapp. Nein! Ah, ich dachte, der geht noch weiter zurück. Das war doof. Ja, aber auch die habe ich zum Beispiel noch nie gegenüber gehabt. Also ich kenne mich mit der ihren Eigenheiten auch nicht so richtig aus. Das muss man dann auch sagen. So, hier kann man jetzt fast nicht mitkommen, oder? Also, das war schon recht knapp am Machbahn, würde ich sagen. Und hier ist es auch ziemlich dämlich, mit der Pflanze mitzugehen. Theoretisch könnte man sogar auf dem Stachelding warten. Also auf dem kleinen Randstück da. Da müsste man überhaupt nicht mit den Flammen zurechtkommen. Ey. Wieso genau passiert mir das jetzt so oft? Also Endlos-Spawner sind für mich immer noch so ein kleiner Punkt. Gerade wenn man keine Freiheit hat im Springen. Es ist nicht ganz so cool, damit umzugehen. Aber okay. Ja, ähm, genau. Also, pädagogische Skills sind für Lehrer in meinen Augen fast sogar am wichtigsten. Weil auch in der Oberstufe, meint man nicht, äh, ja, meint man es vielleicht nicht, aber es ist auch unglaublich wichtig, dass du da immer noch auf deine Schüler eingehen kannst. Und vielleicht sogar in Notlagen. Gerade in der Oberstufe, also in der Oberstufe sollte man meinen, okay, die Leute sind erwachsen, die haben jetzt nicht mehr so Probleme, die man als Lehrer vielleicht nur noch lösen könnte. Aber ich denke auch, das ist falsch. Ich denke, sowas wie Mobbing verliert sich auch nicht immer in der Oberstufe. Und Lehrer müssen auch für sowas da sein können. Und ja, dementsprechend ist es... Also ich würde sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Lehrer gefunden, der wirklich all diese guten Eigenschaften in einem Verein konnte. Ähm, aber muss er ja vielleicht auch nicht. Also ich denke, es reicht auch, äh, gerade, also pädagogisch wertvolle Lehrer, brauchst du vielleicht auch nicht in jedem Fach. Sondern du brauchst einen, an den du dich vertrauen kannst. Und das kann vielleicht auch so ein Vertrauenslehrer sein. Das haben ja viele Schulen auch. Vielleicht reicht sowas tatsächlich ja schon. Also das ist was, was man vielleicht nicht jedem Lehrer zuschreiben muss. Ähm, weil ich schon die Lehrtätigkeit im Vordergrund sehen würde. Aber, ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn man es zumindest in Teilen hat, dass man eben zumindest beim Unterricht weiß oder, ja, so ein gewisses Gespür dafür hat, was Leute da empfinden bei. Äh, und ein bisschen, ja, menschliches Einfühlungsvermögen schadet natürlich nie. Gerade bei sowas wie Lehrern, ähm, die eben mit Kindern zu tun haben. Das ist dann ja auch ein... War genau deswegen halt ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das war jetzt beinahe schon wieder schiefgegangen. Aber ich behalte einfach mal meine Feuerblume. Das bringt mir zwar eh nichts. Weil das größte Problem ist, wenn ich Yoshi jetzt wieder an den Segen verliere, ist meine Feuerblume null und nichtig. Und, ja, ich denke, das ist auch der schwierigste Abschnitt. So, wie machen wir das? Am besten möglichst kleine Sprünge, aber dafür möglichst oft den Fluttersprung. Ich glaube, das ist das Wichtige. Genau. Ja, perfekt. Äh, jetzt muss ich Yoshi, glaube ich, absetzen, oder? Also, ich kann den Helm aufziehen, auch mit... Und dann Yoshi, ja. Ja, okay. Okay, okay. So geht's auf jeden Fall. Jetzt brauche ich den Stachihelm hier. War das nicht so? Ja, okay. Brauche ich. Das Schöne ist theoretisch, dass Yoshi noch vor mir draufgehen wird, wenn... wenn mir was passiert, oder? Ähm, was passiert hier jetzt? Der spuckt Bob-Oms aus. Aha. Interessant. Was ist denn hier unten, das? Hier komme ich auf jeden Fall nicht mit Yoshi hoch. Okay, wahrscheinlich soll ich Yoshi hier auch nicht haben. So, soll ich hier die Paus aktivieren? Ne, die sind, glaube ich, nur zum... Ah, ja. Ne, das ist ganz cool. Hier muss ich nämlich jetzt nichts machen. Äh, außer jetzt vielleicht. Haha. Ja, wow, wow, wow. Den habe ich ganz ignoriert. Muss ich? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ganz doof. Habe ich jetzt schon verkackt, weil ich keinen Bob-Oms mehr da hochkriege? Oder wie ist das? Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sonst da hätte noch weiter gesollt. Und wofür sind die Paublöcke? Vielleicht zum Aufreihen? Ja, sowas auf jeden Fall nicht gut. Hm, kriege ich den jetzt irgendwie da weg? Oder? Ne, ich glaube fast nicht. So, ja. Das habe ich ungefähr alles aufgegeben. So. Dann schauen wir doch nochmal. Vielleicht hilft uns ja doch noch so ein Bob-Omb. Der kämmt jetzt halt da hinten drin, wird irgendwann entzündet und dann passiert sonst was mit ihm. Hm. Ja, so auf jeden Fall nicht. Und nun? Die einzige Chance, die ich sehe, ist ein Bob-Omb im richtigen Moment da hinzuwerfen. Aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Also, dass ich so mache quasi. Ja, und dann nicht in die falsche Richtung werfe, sondern in die richtige. Im Idealfall. Ja, ne? Das könnte jetzt eine Weile dauern. Ach, komm schon. Können wir nicht einmal hier den scheiß Krupa beseitigen? Kommt der eigentlich immer wieder? Oder kommt mir das nur so vor? Okay, der ist früh explodiert. Hm. Ja. Was war denn der erste Raum hier? Der war ein Pow-Block. Das heißt, ich hätte theoretisch zurückgekonnt. Sehe ich das richtig? Oh mein Gott. Ich hätte zurückgekonnt. Ich bin so dämlich. Ah. Ah, ha, ha. Naja, egal. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Hat ja Spaß gemacht. Also, ein bisschen langwierig ist der Level schon. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Naja, ist aber auch nicht so wichtig. In jedem Falle, ja. Ich denke, ich habe im Wesentlichen gesagt, was einen guten Lehrer für mich ausmacht. Also, Aktualitätsbezug ist ganz wichtig, was Stoffliche angeht. Und, ähm, ja, Einfühlungsvermögen, Menschliches, sollte auch in Teilen vorhanden sein. Und, ja, auch so ein, ja, vielleicht auch ein bisschen Individualität beim Unterrichten. Kann man vielleicht auch noch so sehen. Äh, aber, ja, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Erfahrung auch. Also, Beständigkeit in dem, was man macht, ist vielleicht ein besseres Wort. Das kann man vielleicht auch ohne Erfahrung haben, aber zumindest auch einen eigens angelernten Plan, wie man seinen persönlichen Charakter am besten zum Unterricht machen nutzen kann. Weil, wenn jeder Lehrer auf einen, ja, auf einen Lehr, oder auf einen, auf eine Lehrmethode zurechtgepresst werden soll, also alle auf eine einheitliche, dann gibt es manche, die können diese einheitliche Lehrmethode besser, und manche, die können sie schlechter ausdrücken. Und wieso klappt das denn jetzt nicht mehr? Und deshalb muss jeder Lehrer, ähm, für sich auch irgendwie den besten Unterrichtsweg finden. Und dafür braucht es entweder Zeit, oder manche Lehrer wissen das auch schon intuitiv, oder kommen vielleicht auch mit dem, was so im Referendariat gelernt wird, ganz gut zurecht. Das kann ja durchaus auch sein. Ah, okay. Hier dann einfach. Aber ich weiß nicht, ob es immer eine Seite gibt, bei der man hier unten durch kann. Da bin ich mir echt unsicher. Das wirkt für mich nämlich manchmal tatsächlich nicht so, aber vielleicht ist es ja auch doch der Fall. Weil er rutscht ganz schön weit, ne? Mit ein bisschen Glück macht er jetzt beide kaputt. Und, ja, genau so soll es eigentlich auch, glaube ich. Damit man nicht so arg rumeiern muss hier. So, den Pilz haben wir jetzt hier im dritten Raum. Ja, ähm, und damit bin ich, denke ich, auch mit den Lehrerkriterien soweit fertig. Ähm, das Letzte, was mich noch gefragt wurde, ist, ob ich das Benotungssystem soweit fair oder vielleicht auch richtig finde. Ähm, ich gehe mal so an die Sache. Ich finde, einen gewissen Anreiz brauchen Schüler. Genau. Einen gewissen Anreiz brauchen Schüler. Und der ist mit Noten einfach schon ganz gut hinzubekommen, denke ich. Noten sind natürlich auch immer schwierig, weil es gibt Leute, die sind tendenziell einfach talentierter, um gute Noten zu kriegen. Andere sind nicht so talentiert. Und, äh, ja, damit fühlt man sich leicht frustriert. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn du als Schüler nur Noten deiner selbst siehst, dann merkst du eben schon Steigerungen und Abfälle. Und, ähm, ja, daran kann man sich eben orientieren. Wenn man besonders, wenn man ein Jahr besonders viel gemacht hat, sollte man im Idealfall auch eine bessere Note bekommen. Und das ist, denke ich, in den meisten Fällen auch so. Ja, natürlich, manchmal kommt man mit Lehrern nicht zurecht oder so. Aber, äh, in den meisten Fällen wird man für Anstrengungen schon belohnt. Äh, zwar nicht so sehr, wie andere Leute vielleicht für eine Leistung gelohnt werden. Oder vielleicht werden andere Leute mit einer geringeren Leistung mehr belohnt. Das ist dann natürlich immer schade. Aber das kann man nicht ausschließen. Ähm, aber zumindest kann man gegenüber sich selbst eben sehen, dass man mit für Leistung gelohnt wird. Und das ist für mich schon ausreichend. Äh, mal absteigen, bitte. So. Yoshi bräuchte ich theoretisch ja nicht mitzunehmen. Ich brauche ja nur einen Pau-Block mit zu carryen. Die Frage ist, komme ich da nochmal sinnvoll zurück? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nämlich nicht sicher. Äh, nee, ich muss nochmal zu nach oben. Das habe ich vergessen. Genau, ich muss nämlich hier oben noch den Block kaputt machen. Damit auch die Bob-Oms rauskommen. Sonst haben wir da keine Chance. Also, ich weiß nicht. Diese Räume hier, teilweise sind sie sehr einfach. Teilweise habe ich aber auch das Gefühl, gerade bei dem Yoshi-Raum zum Beispiel, wenn du eine Sache mal kurz verkackst, die gar nicht mal so einfach ist, dann bist du eben gleich geliefert. Und das ist schade. Äh. So, hier mal den abstellen. Und hier können wir... Den Kupal ist, glaube ich, auch einfach nur gedacht dafür, dass man es einfacher bekommt, die Münze da. Und ich weiß nicht, ob man da links tatsächlich durch kann. Wenn, dann ist das eine ziemliche Tortur. Es geht vielleicht sogar, aber ich möchte es jetzt einfach mal nicht probieren, weil, ja, es könnte zwar auch irgendwo... Ah, fuck. Kann ich das? Ich kann das sogar. Wow, ich kann sogar mit Yoshi den Power-Block mitnehmen. Die Frage ist, hat Yoshi den Power-Block immer noch in der Hand? Äh, beziehungsweise im Mund, wenn ich jetzt hier rausgehe, hat er. Schluckt Yoshi den irgendwann runter? Ich hoffe nicht. Yoshi? Deine Backenkapazität ist gefragt. Also, verkack's bitte nicht. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Ja, er macht's nicht. Wunderbar. Ja, also ich glaube, hier in dem Setting kann Yoshi sogar unendlich viel... oder unendlich lange... tatsächlich... Moment, Habe ich das jetzt wirklich gemacht? Ich habe das jetzt wirklich gemacht, ne? Ich habe den Schlüssel an der falschen Stelle eingesetzt. Ich hasse es, dass das funktioniert. Aber, mit ein bisschen Glück... Genau, hier gibt's nämlich noch einen Schlüssel und den kann ich dann nämlich für die andere Tür benutzen. Haha. Also habe ich mir zumindest nicht das Spiel gebraked. Zumindest nicht so weit, wie man's hätte machen können. Weil ich zumindest noch... Ja, hier ganz gut zurechtkomme. Yoshi? Mh... Will ich dich? Oder will ich dich nicht? Ne, ich will dich gar nicht. Komm mit dir gar nicht weiter. Vergiss es. Keiner will dich. Oder vielleicht wäre ich mit dem sogar weitergekommen. Mal schauen. Aber ich hoffe, dass die Münzentür jetzt auch anderweitig funktioniert. Moment. Zumindest einen Pilz würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Dankeschön. Yoshi hätte ich zwar auch ganz gerne noch mitgenommen, aber okay. Jetzt bitte lass ich hier einen Checkpoint geben. Das wäre wirklich... Ja, danke. Okay. Das finde ich sehr nett, weil nach so einem langen Abschnitt wäre kein Checkpoint einfach nur mies gewesen. Ja, toll. Jetzt kriege ich hier sowieso noch einen Pilz. Äh... Nö. Hier will ich gar nichts. Die Frage ist, muss ich hier oben irgendwas machen? Ne, sieht fast nicht so aus. Ich meine, wir haben ja einen Checkpoint. Wir können ja recht freizügig uns umgucken. Ähm... Ja, also als Anreizsystem finde ich Noten eben ganz fair. Äh... Also, das heißt, ganz fair, ganz sinnvoll gesetzt. Ich finde, ohne ist es schwierig. Klar, Waldorfschulen zum Beispiel versuchen das Ganze ohne. Aber das Problem ist eben... Ähm... Ja, Waldorfschulen sind zum Beispiel darauf aus, Kreativität zu fördern. Was ich auch vollkommen richtig finde. Äh... Dass man versucht, Kreativität zu fördern. Genauso wie man versucht, Kunst und... Ja, Dinge zu fördern, die eben sonst gerne mal brotlos ausgehen können. Oder vielleicht auch Dinge, die eben, ja, nicht so dem Standard der Gesellschaft entsprechen. Aber das Problem ist, gesucht wird nun mal der Standard der Gesellschaft. Und tendenziell... Ich will nicht sagen, dass du als Waldorfschüler tendenziell schlechtere Chancen hast, oder sowas. Das ist, denke ich, auch Schwachsinn. Aber auf dem Markt wird nun mal nichts wirklich Kreatives gesucht, in den meisten Fällen. Ähm... Es gibt eben schon vordefinierte Jobprofile, und so weiter und so fort. Und... Ja, da zu versuchen, möglichst viel Individu... Wow... Individualität reinzubringen, ist schwierig. So, jetzt muss ich mir einen epischen Bowser-Kampf liefern, mit ganz vielen Feuerblumen. Und darf nach Möglichkeit nicht meinen Power-Up verlieren. Ist das richtig? Ich glaube, dass... Ich glaube, das ist tatsächlich so. Mit ein bisschen Glück reichen sogar die Power-Ups hier. Ich weiß nicht, wie viele Schläge Bowser aushält. Aber ich glaube, es sind eine ganze Menge. Äh... Ja, so nah hättest du jetzt nicht unbedingt kommen brauchen. Ja, du bist mir ein bisschen auf die Pelle gerückt, mein Freund. Hier sollte ich auch noch Freiraum haben. Okay, der einzige Feuerball, der hier ist, der ist ja auch noch weiter hinten. Aber ich fürchte fast, ich muss ihn tatsächlich besiegen. Kann das sein? Weil jetzt habe ich die letzte Feuerblume, und danach ist Schicht. Bitte lass das reichen. Boah, sehr gut. Okay, wir kriegen einen Schlüssel. Die Frage ist, ist der Schlüssel das, wo er uns hinführen soll? Das ist egal. Da kamen wir her. Hier oben haben wir noch eine Feuerblume. Okay, das ist ganz nett. Hier können wir nicht rein. Ja, wahrscheinlich führt uns die Tür jetzt einfach noch zum Ziel. Also ein typischer Bowser-Kampf am Ende. Kann man sich mal gönnen. Die Frage ist, hätte uns die Röhre da oben noch irgendwo hingeführt. Wäre ja jetzt schon spannend, nochmal zu wissen. Wahrscheinlich in Bonusraum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das jetzt nochmal alles zu spielen, nur um in diesem Bonusraum nochmal zu sehen, möchte ich mir jetzt nicht unbedingt gönnen. Ich hoffe, das ist verständlich, weil es ist schon ein sehr langes Level und ich habe es jetzt einfach verkackt am Ende zu schnell gewesen. Äh, ja, in jedem Falle, ja, wir gehen trotzdem nochmal kurz rein, einfach damit ich das Thema noch fertig sprechen kann und damit wir vielleicht auch nochmal das Level eingehen können, so ein bisschen. Ähm, in jedem Fall, wow, okay, vielleicht soll ich es von hier machen. Äh, ja, in jedem Fall finde ich, das Benotungssystem ist an manchen Stellen schon unfair, vor allem, wenn du untereinander Schüler sich vergleichen, aber zum persönlichen Anreiz schaffen ist es ganz gut. Und wie gesagt, alternative Schulkonzepte, das hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit dem Notensystem zu tun, aber ich finde unser Schulkonzept an sich schon ganz gut, weil es eben in der Lage ist, auf doch ein recht breites Spektrum vorzubereiten. vielleicht könnte man an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr in die Berufsvorbereitung oder noch ein bisschen in die Spezialisierung gehen, also dass man zum Beispiel, ja, so FH-Studiengänge wie Elektrotechnik oder so vielleicht mal eine Woche anreist oder so oder zumindest mal bei einer Berufsvorbereitungswoche oder so bespricht. Da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Dass man sowas einfach macht, wäre, denke ich, schon eine ganz gute Maßnahme. Ähm, na, oh mein Gott, das war knapp. Ja, dass man sowas macht, wäre schon noch eine ganz gute Maßnahme. Das wäre noch mein Verbesserungsvorschlag. Ansonsten mit sonderlich alternativen Schulkonzepten bin ich ein bisschen skeptisch. Also, sich was Neues zu überlegen, ist mit Sicherheit immer eine ganz gute Idee. Aber, ob die Umsetzung von sowas funktioniert und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, mit unseren finanziellen Mitteln funktioniert, also versteht mich nicht falsch. Ich bin niemand, der sagt, dass man nicht viel Geld in Bildung stecken sollte, aber, äh, man hat eben nur begrenzt Geld zur Verfügung, um uns in Bildung zu stecken. Und alles andere darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, das ist, denke ich, auch klar. Und dementsprechend ist es einfach wahnsinnig schwer, zu sagen, äh, ja, wir probieren jetzt was Neues aus, weil das immer mit viel, viel Kosten verbunden ist. Und vor allen Dingen sind diese individuellen Konzepte für Schüler, also für, für Schulen oder, ja, eben neue Lehrmethoden, ähm, immer sehr teuer und das eben schwierig dann kollektiv umzusetzen. Von daher finde ich unser Schulsystem an sich schon recht gut gelungen. Ähm, wie gesagt, Verbesserungsbedarf im Kleinen gibt es immer mal wieder, insbesondere was die Auswahl an Lehrern betrifft. Äh, es gibt viele Lehrer heutzutage noch, die sehr unmotiviert bei der Sache sind, was nicht unbedingt förderlich ist. Ähm, solche Lehrer versuchen auszusortieren, wäre, denke ich, auch nochmal so eine Maßnahme, die man sich gönnen könnte oder die man anstreben könnte. Oder halt einfach ein genügendes oder ein genügend großes Kontingent zu haben, dass das funktioniert. Äh, ja, nicht eben solche Leute, auch nicht auf solche Leute angewiesen zu sein. Das war jetzt doof. Ähm, das wäre ganz cool, wenn das funktionieren würde. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das Benotungssystem, Lehrer sind eben auch nur Menschen. Ähm, und Lehrer verkacken Noten auch ganz gerne mal, insbesondere mündliche Noten. Und da regt man sich auch gerne drüber auf. Aber Lehrer sind mit Sicherheit auch zu Diskussionen bereit, nicht bei der Notenbesprechung, aber, wenn man Lehrer vielleicht ein zweites Halbjahr hat und, äh, sie nehmen mit Sicherheit Kritik an. Und die Sache ist, man darf dann nicht so egoistisch rangehen und sagen, ja gut, wenn ich jetzt was sage, wird meine Note kaum geändert. Aber, man kann, wenn man dem Lehrer Kritik mitteilt, ist er vielleicht in der Lage, beim nächsten Schüler, wo er vielleicht auch ungerecht bewertet hätte, dann genau auf diese Kritik einzugehen und, ja, das dann eben richtig zu machen. Und wie gesagt, Lehrer sind auch nur Menschen, Lehrer machen Fehler und dann sind die Schüler eben gefragt, den Lehrern bei diesen Fehlern auch mal, ja, auch mal darauf aufmerksam zu machen und nicht einfach nur still in der Ecke zu sitzen und zu weinen, dass die Note jetzt nicht passt. Ja, so ein bisschen Eigeninitiative sollte man da schon geben und wie gesagt, auch wenn der Lehrer es nicht einsieht, man hat immer auch mal mit Arschlochlehrern zu tun, das ist ganz normal, aber in den meisten Fällen ist das nicht die Überhand und wie bei jeder menschlichen Beziehung ist eigentlich auch jeder in der Lage, was zu verändern. Sowohl der Lehrer als auch der Schüler kann was an einem, ja, an einem falsch verstandenen, an einer falsch verstandenen Notengebung zum Beispiel ändern und das ist eigentlich so das Ziel, auf was man hinaus sollte, dass man solche Missverständnisse einfach behebt und, ja, dass man dann am Ende zu einem fairen Ergebnis kommen kann und ich denke, das ist nicht unmöglich, von daher finde ich, Noten kann man fair vergeben und deshalb finde ich es auch, ja, klar, manche sind mit Talent einfach ein bisschen verwöhnt, das ist immer schade, wenn man dann für Anstrengungen nicht, ja, nicht so belohnt wird, wie man es vielleicht sollte, aber das Problem ist, solche Neidsituationen oder, ja, generell das Talent eben raussticht, wird man immer haben, weil, egal wie freizügig ein Lernkonzept ist, irgendwie muss rauskommen, was die Leute können, also jetzt nicht benotet werden, aber es muss zumindest ans Tageslicht kommen und ich glaube, wenn du einfach mitbekommst, dass derjenige um dich rum, ja, dass der einfach viel kann, ähm, dann, Moment, dann ist es für dich auch nicht so einfach, also, ja, du bekommst es so oder so mit, ob es jetzt in den Noten wiedergespiegelt wird, ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, also ist das schon nochmal ein Punkt mehr, aber, trotzdem, ja, es geht, und, ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, man kann alles noch verbessern, es ist nicht statisch, aber wie gesagt, so, das Grundkonzept unserer Schulform finde ich eigentlich schon ganz richtig und daran festzuhalten, ist, denke ich, auch was, was man anstreben kann, durchaus, aber nichtsdestotrotz, die Augen aufhalten sollte man immer, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal eine Schulform, die, ja, finanziell erreichbar ist und vielleicht auch tatsächlich mehr Erfolge verspricht und dem sollte man sich dann nicht verschließen, sondern tatsächlich, ja, das auch mal annehmen. So, und an der Stelle, würde ich sagen, sind wir da noch am Ende angelangt, hier, ähm, bei dem Level, muss ich sagen, es sind sehr, sehr viele Elemente drin, das hat man, glaube ich, gemerkt, man kann auch teilweise sogar Yoshi mitnehmen bis hierhin, wie man sieht, also, es gibt schon da einige Möglichkeiten, ähm, ja, also es sind sehr viele Elemente verbaut, ähm, und die Elemente, gerade in der Hälfte des Levels, die so ein bisschen den Rätselabschnitten entsprechen, ich kann Yoshi so ein bisschen als, als, ach, als Schadensschild nehmen, das ist voll gut eigentlich, wollte ich sagen, aber so ganz funktioniert das gerade nicht, ähm, ja, also es sind sehr viele verschiedene Abschnitte eingebaut, gerade den Mittelabschnitt finde ich sehr gut gesetzt, ähm, der ist zwar ein bisschen langwierig, und gerade bei dem Yoshi-Abschnitt hätte ich mir vielleicht überlegt, ob ich es nicht vielleicht doch ein bisschen anders gestalte, aber es ist sehr gut gemacht, man muss wirklich, man kann es nicht wirklich breaken, also mir ist jetzt nichts aufgefallen, wie man es breaken sollte, so, danke für dein Damage-Schild und dann passt das auch, so, jetzt bin ich doch nochmal am Ende und kann den Bonusraum zeigen, perfekt, äh, auch wenn ich jetzt gerade den falschen Weg gehe, Weltrekord oder Bonusraum, Weltrekord oder Bonusraum, wir nehmen natürlich den Bonusraum, weil der Weltrekord, es ist nicht mal ein Bonusraum, auch wirklich? Tatsache, man kann hier nicht mal rein, das ist natürlich ein bisschen schade, warum hast du denn die Röhre dahin gesetzt, man wird es nicht wissen, nie wissen, naja, auf jeden Fall, Mittelabschnitt war toll, der Anfang, der Endabschnitt, ähm, ich stehe nicht so auf Bowser-Kämpfe, aber ich denke, es ist schon relativ sinnvoll eingebaut worden, also es war jetzt nicht so ein wahnsinnig standardisierter Bowser-Kampf, ja, ich hab's gesagt, Weltrekord oder Bonusraum, wahrscheinlich waren es tatsächlich diese 10 Sekunden, aber egal, ähm, und, ja, den Anfangsabschnitt, den fand ich auch relativ cool, der ging auch recht zügig, äh, aber, ja, den Mittelabschnitt fand ich schon ein bisschen Highlight-mäßig, also, also das hat mir sehr gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langwierig ist, aber die Idee an sich und die Umsetzung auch, hat's eigentlich schon ganz gut getroffen, ich denke, das kann man so stehen lassen, ansonsten sind wir an der Stelle mal wieder am Ende angelangt, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wieder dabei, ich kann nicht mehr reden, zu lange Aufnahme, bla, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!